Die Zell, wenn du nicht aus dem Nest gekommen bist, dann gibts hier oben bei uns was zu essen. Oh, Mettel, Hallöchen. Mettel hat das Spiel doch auch, komm doch mal. Dann kommst du mal wieder. Er sagt, er hat zu viele andere Spiele. Back on Twitch, mein guter. Hast du uns nicht mitbekommen, dass... Anni, kommst du auch? Anni, es gibt hier was zu essen. Irgendwo ist gerade jemand gestorben. Ich weiß noch nicht wo, aber irgendwo da. Ja, wo nur die ganzen Namen sind. Das müsst doch jetzt langsam hell werden. Wir haben doch schon... Hey, wir haben gleich 5 Uhr. Und es regnet, deswegen ist es gerade noch bewölkt. Zu ersterben kommen wir den nächsten. Drei Tage. Wie sie alle kommen. Nein, 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 nein. Ich soll jetzt auch mal wieder ausessen. Hm, mach ich, warte. Der ist noch voll, sonst komm ich runterkotzen. Ich glaub schon, ich guck mal. Weil hier oben geht's ja genug zuerst, das kann ich ja runterbringen sozusagen. Ich find, The Isle könnte supergut für alle Konsolen rauskommen. Aber The Isle, so wie wir es gerade spielen, wird nicht mehr weiterentwickelt. Es wird nur die Version Evrima weiterentwickelt. Es ist das gleiche Spiel, nur eben ein anderes... Also das gleiche Spiel immer noch. Ihr kauft das Spiel, habt aber zwei Versionen. Könnt ihr mal zwischen dieser einen und der anderen wechseln. Die, die wir gerade spielen, die wird nicht mehr weiterentwickelt. Und die andere im Evrima, die wird weiterentwickelt. Die ist aber noch ein bisschen von den Dinos ein bisschen unfertiger. Sieht aber schöner aus. Ich kann groanen, ja, ich kann groanen. Das stimmt. Oh, ist wieder volle Essen drin. Bäh, Baby, ist wie ein Gegrout. Oh, hoffentlich. Oh, jetzt komm ich nochmal ein Spino. Ich hab das in-game. War das Essen jetzt bei Night Prince, oder wo war das? Delta Squad. Ja. Okay. Bei wem war das? Bei Night Prince? Das Essen ist hier bei mir jetzt. Wo bist du? Ich hab das ganze Nest gerade vollgeschüttet. Ich bin schon gewachsen, ich brauch nicht mehr. Äh, Delta Squad. Schade, ich fall grad durch die Map. Nee. Doch. Aber das, den, 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 den Spielen hast du jetzt dadurch verloren, ne? Ja, ich könnte ihn mir wiederholen, wenn ich jetzt zu Admins gehe, bla bla blub, aber, äh. Ach so, aber kannst du doch, äh, kannst du doch Bescheid sagen. Ja, aber die wollen immer Videoaufnahme haben. Und ich hab zwar die Cam immer, die Cam immer an. Aber, ich hab halt keine Lust, was du jetzt zu machen. Ich denk, ja. Aber was hat er, was hat er denn für einen Fehler getan? Was war denn falsch von ihm? Äh, auf der Karte ist der Fehler, dass man durch die Map fällt. Äh, dass es passieren kann, dass man durch die Map fällt, halt. Bei Delta Squad hast du gesagt, gibt's da Essen? Bei mir. Genau bei mir. So, Delta Squad. Bei mir, genau bei mir. Ach so, du hast nicht, hast du gesagt, bei Delta Squad. Ja, Richtung Delta Squad sollst du gucken, weil du mich nicht gefunden hast. Ach so. Genau bei mir. Drei Leichen. Ein Dillo, ein Spino und ein Terry. Ich knabber ein bisschen an Pau. Denk ich denn gut? Ja, ein bisschen C, aber sonst. Bisschen sauer. Haha, haha, haha. Ich dachte eher toxisch. Okay, da bin ich gar nicht. Wirklich toxisch gerade? Aber sowas von. Ach schlimm, ey. Meine Güte. Uff, also ich verbrenne mir gerade die Finger. Ich glaube, der Terry setzt die Box hin, dass er sich mit mir gefeiert hat. Wann wird's eigentlich mal hell? Es ist gleich 6 Uhr und es ist stockdüster bei mir. Hell wird es um 8 Uhr abends. Von 8 Uhr abends bis 8.15 Uhr oder was? Genau. Ich seh nix. Aber hier liegt auch ein Terrezino, ne? Ja. Terzio und Spino. Heute Abend werde ich drei Dinos verlosen. Einen. Oh Gott, ich muss mal gerade überlegen, was es war. Einen Stego. Einen Spino. Und einen... Äh, lol. Was ist los? Neben mir läuft ein kleiner Rex. Ein Giga? Ich glaube, ein Giga war es. Ich gucke gerade mal. Bevor ich irgendeinen Kack erzähle. Was noch fehlt oder? Was fandst du? Ne, was ich heute verlose. Ich weiß gerade nicht mehr, welche ich... Ach so. Welche ich mir... Ich bin mega weit weg. Welche ich mir geben lassen habe. Es war ein... Stego, Terzino und... Ja, genau. Stego, Terzino und Spino. Ja, es entwickelt hell. Ja, endlich, ne? Ja, ganz plötzlich wird es dann auf einmal hell, ne? Aber so extrem schnell dann plötzlich. Ja, Dex, siehst du mich? Jo, morgen wir auf die große Reise. Hoho. Ach so. Ich habe die Namen hier mal ausgestellt, weil ich Fotos mache. Deswegen ja. Ich habe dich nicht gesehen, ne? Bei dem ganzen Körpernteil hier. Ich habe auch mal ein bisschen Weiß bedrängt worden. Ähm. Ach, Para war freundlich, glaube ich. Ja, zum Beispiel. Ja, wir sind... ...freundlich. Oh, und der King Lady hat nur gewissen. Haha. Ach, King Lady. Haha. Ich weiß nicht. Der arme schnappte Schnecke. Der war jetzt der Teri. Der, der, der Parasaurus sieht super schön aus. Kann ich dir sagen. Es ist, äh, Mike on Twitch. Ah. Der Agro ist hier mit Haya. Oh, oh. Wir haben hier gerade zugebissen. Ein grüner Dilo ist gerade hier durchgerannt und hat zugebissen. Hoffen? Mich nicht. Lecks vor mir. War leck. Boah, es ist ein Riesenbergfleisch hier und alles ein Tier und alles durcheinander. Da, wo ich gerade bin, da ist der Hingfrau. Schreckt sich da ein bisschen. Schrausst du dich? Ah, kusch dich. Einfach kürzen. Alle, die stark sind auf dem grünen Dilo. Oder wie der heißt. Ja, super, guten Abend. Kommt zurück. Nicht zu weit laufen. Muss zu uns kommen. Hätten wir einen guten Abend. Habt ihr? Nein, der läuft ja immer noch rum. Oh Gott. Kann King Lady den nicht töten, bitte? Ja, die muss ja auch drankommen. Der Dilo ist viel zu schnell. Der ist so schnell. Ich sehe das gerade, wie der unten läuft. Der ist super schnell. Hat er dich getroffen? Mich hat er nicht getroffen. Ich werde gerade zugetankt. Auch hat er getroffen. Da unten ist er hinter mir jetzt. Da bin ich ja. Oh Gott. Und der ist auch hier. Das ist gut. La la la. 16er Blutung. Wer? Einmal gebissen werden. Du? Ja. Oh, ich seh's. War jetzt wieder der Dido, ja? Ja. Oder war noch was anderes? Wieso sind hier so viele groß? Dido, der... Der Dido war voll schon so. Ich war erwagender. Kasper, guten Abend. Wo ist denn der hin? Irgendwo hinter mir. Ich will immer ein Foto von Pau machen, wie sie hier liegt. Einfach toll aus. Das Grün ist halt kacke. Man sieht's in den Gewischen nicht. Aber ist ne schöne Farbe. Hättest du jetzt extra so getan, dass mir das Schwert... Weiß jemand, wo der steckt? Keine Ahnung. Ah, Dido sind echt... Ah, Dido finde ich in dem Spiel viel schlimmer als... Alle immer gegen Spinos oder was... Aber die sind nur auf dieser Karte schlimm. Nee, aber auf der anderen Karte war das genauso. Weil die so dunkel ist und so schön dicht bewachsen. Ja, der hier ist ja, oder? Ja, da hinten ist er mit jemand anderem. Und ein Spino fang. Ist nicht der Spino? Ich bin auch wieder auf dem Weg. Ich bin noch nicht bei euch. Wenn ihr brüllt... Brüll mal. Hab gebrüllt. Ihr das gehört habt, das bin ich nicht. Okay. Ich find das schon krass, dass... Dass keiner ne Chance hat gegen diesen kleinen Dilo. Also von der Geschwindigkeit. Sogar unsere Dilos sind's. Schaffen wir's nicht. Oh, wir haben ein Akkukanto hier bei uns. Ja, das ist eine Taya. Vielleicht sollte sich alle irgendwie ein bisschen verstecken. Gleich. Vielleicht kann mich nicht bewegen. Ich hab das beste Versteck von allen. Ich hab wirklich das beste Versteck. Ja, ich seh den Kopf. Welch? Fressbar. Ich greife den DJ aber grad nicht an, muss man sagen. Okay, habt ihr... Keine Ahnung, DJ ist grad am Wasser und der wird von denen nicht... Ah doch. Oder? Der Spino tut aber nicht. Der Spino tut nicht. Der Spiel stimmt mit bei uns, läuft alles. Der ist grad unten beim Loch und vom Tuch. Ich hab keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Ahnung, Leute. So, ich bin auch gleich wieder da. Wir haben jetzt einen... Eingelegt. Wurde dann angegriffen. Er ist lag bei den Leuten wieder. Und ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Bei mir lags es nicht. Da hab ich ja nicht verstanden. Mit Taya hat sich glaub wir erwischt. So, ich bin gleich wieder bei euch. Ich komm hier vor nem Berg. Bleibes in game. ich habe keine ahnung als ob irgendwas vielleicht irgendwie im hintergrund mitarbeiten möchte was alles eigentlich super alles gut ich muss mal gucken da sind wir jetzt zwei spiel und akku kanto der spiel noch hier jetzt bist du das jetzt mit zwei agro es kommt jemand als grüner dibbel zu uns ja die hiel ist ja es ist unfraktisch die hiel ist für dich lassen ich gehe mal ganz kurz zum wasser leute ich brauche was zu trinken keine ahnung ich habe keine ahnung da bist du aus dem wasser jetzt die nester von euch ja hier vorne links aber dann kann ich die mal auffüllen brauchst du nicht die weißen sind schon habt ihr jetzt gerade alle alle im stream irgendwie lag probleme oder ist das irgendwie nur bei manchen nur bei manchen aber hast du Probleme? nö, ach so ein stream ich habe keine ahnung das lustige ist da ist ja nichts eingestellt worden keine neue einstellung gar nichts gemacht worden und trotzdem ja derjenige der den silo jagt der wird von dem anderem spino gerade gejagt hm ich habe keine ahnung leute kommt eigentlich der drag jetzt ja hier ist das ein apel vielleicht? beim knifeprints ist das ist der nischwerende der hat sich umgelockt ach so ach und der andere spino ist phaser er hat verliert ihr erwischt gekillt weil er verliert den spiel erwischt außerdem ich habe immer noch eine zwölf blutung ich glaube ich kann bis morgen hier sitzen bleiben und ein bis von den dedo ja das ist ja die haben ja die haben eine ziemlich starke ich wundere mich dass mir eigentlich recht gut geht 56 prozent ich habe keine ahnung leute warum man schon mal der stream leckt ich habe keinen blassen schimmer es wird nichts eingestellt ich habe nichts umgestellt nichts eingestellt gar nichts ich habe es heute mal getestet die internet leitung ist einfach erstes ahne super download super download alles super worüber hast du getestet was soll ich denn sonst testen über testseiten ja die test sind ganz gefühlt alle vergessen viele sind gekauft von den internetanbietern und die zeigen dir nur das was du sehen sollst deswegen frage ich halt manche sind besser als an dann schieß mal los bei welcher du warst dann kann ich sagen ob so gut ist oder nicht das wollte ich grad wie hieß die okkula okkula weiß da geil was ich weiß nicht irgendwas mit o meins hat die twitch ich hab keine ahnung ich weiß es echt nicht oh wer ist denn hier der der diablo also wir haben hier ein ein deal oder der lebt nicht gut der ist so der wird nicht lange leben der ziemlich knallgrün der uns die gasten angegriffen hat der war auch knallgrün das gar nicht gut wegklimit warten haben wir es vielleicht erreicht sind wir zu viele ich weiß es nicht ich habe keine ahnung wieso zu viel also viel zu viele aber keine ahnung die jetzt das limit erreichen ein dodo wäre ganz cool hier im spiel fände ich einfach so kleinen dodo spielen oder kompi erzieht nur die gruppe stream snipen ich glaube also ich muss sagen nicht wegen king lady und so die hier den ort ausgesucht haben hat das ist echt unpraktisch weil man kann von sämtlichen spawns ziemlich schnell hierher gelangen was mit den zwei hier oben warum die sind so auf lauer stellung die passen auf was ist mit dem passiert wie sieht es aus mit mir immer noch die uhr 12 ok wir wollen nicht weiter wandern oder sowas ich hätte gerne lieber eine wanderung drauf kannst du gern tun also ich muss noch mindestens einen tag lang gelingen bleiben ehrlich die zeit alle bei der ziemlich scheiße aus wollte ich nur mal so sagen und eben ja das würde ich auch noch sagen wir haben alle was weißes an ich sehe auch scheiße aus von der farbe aber es geht das ist so dieses grün grün sand gelb das ist okay vorher als baby war war ich wirklich so ein standard grün wie ein bisschen wieder dominik hier neben uns das fand ich jetzt nicht so toll ich glaube wir müssen die gruppe gleich mal aufschritten weil es wird echt also ich würde schon weiter laufen wollen ich würde auch gerne weiter sondern mal weiter leute weiter ziehen aber nicht wenn die bluten dann können wir nicht weiter laufen ach so scheiße ich habe ich ja ganz vergessen du hast ein kurzer gedächtnis von der ananas woher weißt du was das eine ananas für eine kurzzeitgedächtnis hat hallo ja keiner lässt du mal bitte die ananas in das spiel aber macht die ananas ich bin ganz tief in dir drin ich wollte auch die idee hatte genau das richtig flass da drauf und gut ist also einmal spucken nochmal ein indianer weint nicht nochmal wir gehen hier weiter jetzt stellt euch mal nicht so an mummöschen warte mal kurz ich beiß dich mal kurz und dann äh sagst du das gleich dann auch nochmal ich finde das sowieso ein voller fake sag mal wer kippt eigentlich die ganze zeit in einmal farbe auf dir von oben drauf guck mal wie das aussieht hier diese riesen saurei kommt irgendwie zwei meter überall runter ja mach kaputt mach kaputt Pau muss jetzt nicht aggressiv werden ich wusste dass es die weinflaschen war gleich dann nehmt der zimt und der zucker weint ihr kann mir dann was zu trinken holen oder werde ich dann wieder ausgegessen von irgendwelchen Dippels äh konzern nichts zu drücken ja schuldig gleich so vor wie ihr da ah Pau du bist los ne thankschön für deine 30 Spitzies ah ich find die so schön ich find die so schön den hier Wenn diese blöde... Ach, da hinten, die Para. Ja. Wenn diese blöde scheiß Kamera... Nicht Kamera, die Grafik-Bugs nicht immer sein würden. Das wäre viel, viel schöner. Was hat er geschrieben? Dankeschön. Oder was hat er geschrieben? Nein, das geht nicht an dich. Ich graufe hier ganz gemütlich und hoffe, Piep plus Piep Anhang kommt hier nicht einfach so vorbei. I don't know. Was heißt das? Ich hoffe, dass du plus Piep selber nicht vorbeikommst, während sie da grauht. Der ist echt gut gelungen. Viel, viel hübscher als der von Ark. Der Para. Ja, ja. Viel hübscher. Ich finde, viele Tiere finde ich wie so hübscher als bei Ark. Ark sehen die Tiere echt gut aus. Aber man hat irgendwie das Gefühl, dass sie auch so ein bisschen Comic-Style sind. So ein bisschen... Ja. Komm, ich bin. Ich finde die hier sehr, sehr, sehr realistisch. Envrim habe ich noch nicht gespielt. Ich habe noch nicht mal Ahnung, ob das noch schöner aussieht. Keine Ahnung. Sagen ja alle. Ich werde sterben. Ich habe nur noch 2% Wasser. Ich habe nur noch 2% Wasser. Ach, das überlebt du. Wo ist er? Wo ist er? Ich bin mir. Wo bist du denn? Ah! Ich schiebe mal ganz kurz mein Beinchen. Auf mal. Mund auf. So, nein. Bluttropfen ist doch weg, oder nicht? Mund auf. Nein, ich habe immer noch Bluttropfen. Oh. Ich bin bei 8% Bleeding. Oh. Ja. 2% Wasser. Was nimmst du denn, du? 0% Wasser. Nicht die vom Wish bestellt, Mann. Du sollst die richtigen nehmen. Ich versuche es einfach mal zum Wasser hinzukommen. Dann stirbst du doch. Ja. Ich wäre sowieso gestorben. Das ist das Problem. Ich bin ja voller Flutung. Verdurstung jetzt. Du bist aufgestanden? Ja. Du bist ja tot. Ja, ich war am verdursten. Also du bist gerade gestorben, ne? Ja. Ich war am verdursten, komplett. Junge. Wo müssen du hin? Jetzt bin ich alleine. Wo ist das Essen? Da liegt er. Da. Das hier wird's übrig. Ich hab einen Hunger. Wenn du aufstehst, stirbst du auch. Ja, aber ich schaff das vielleicht noch. Schaffst du echt nicht. Habe ich das letzte Mal auch gehabt. Ich war... Ich war 5 cm an der Leiche. Ich war aufgestanden. Ich bin bei Stroh. Komm, die? Was? Sollten wir abhauen. Hast du die zum Schein? Ja. Kann ich machen. King Lady müsste doch, glaube ich, schon groan können. Das darf die doch, oder? Ja, die kann groan, ja. Schnaffelschnecke. Du bist der Para. Das sieht echt schüppig aus. Ich finde den Para sowieso schön. Ich freue mich, wenn ich mal einen Para spielen darf. Ja, genau. War das gut. Ja, ich hab dich eingeladen. Wer sind dann die Rexer? Wollt noch nochmal. Kann mir mal jemand erklären, was die Diablos da hinten auf dem Stein machen? Guck mal. Komm nicht rein. I'm a step, man. I'm a step, Diablo. Ich hab dich nochmal eingeladen. Rexer antwortet nicht und der andere Rexer ist gerade verschwunden. Ja, klappt nicht. Rex. Ja? Lauf! W-wann kann laufen oder nicht? Äh, wenn wir, wenn die Julia das kann? Ich kann nicht. Ihr könnt aber gerne laufen und ich komme an meine Seite. Achso, dann bist du auch nicht gekommen. Du musst das theatralischer machen. Lauf ohne mich. Lass mich zurück. Ich halte sie auf. Lass mich zurück. Lass mich sterben. Nein, 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 nein. Doch. Das ist das. Nein, nein. Es wird aber so wie es ist Nacht. Hi, danke. Ich geh mal was trinken. Ich geh mal was. 47, ich brauchst ja nicht mehr Zeit. Ich hab überhaupt keinen Plan mehr, ob wir zu viele sind oder nicht. Rex, kannst du mich mal einladen nochmal? Achso, ja. Ah, da ging ein Kami ein Auto durch. Oh Gott, da ist die Lady weit weg. 89 Prozent, 98 Prozent hat die unsere Lady. Die Mama. Ich war schon bei der 80 Prozent. Das gefährliche Wasserloch. Ich find's ein bisschen übertrieben, muss ich mal sagen, mit der Blutung. Kannst ja gar nichts machen. Wo schlippst du eigentlich? Kannst du direkt sterben gehen, wenn du so eine 15er Blutung hast. Eigentlich nicht, aber das Problem ist, dass beim T-Rex dauert das einfach mal so lange, bis du wieder fit bist. Ich hatte volles Leben und volles Wasser. Beides. Und ich bin, bin verreckt? Ist eigentlich vorprogrammiert, dass du stirbst, ne? Ja, ja. Na, Mann, guten Abend. Ich muss nachher Schokolade essen. Finde ich einfach grad ein bisschen zu krass, irgendwie, weil da hast du nicht mehr so eine Chance, sich zu behalten. Xaldi, guten Abend, dir auch. Oh, ein Captain Nemus. Noyo, Suku. Ne, wir sind eigentlich keine Apex voll. Wir sind ja noch gerade gegraut. Die zwei Spiel-Spielos. Ne, der andere Spiel ist weg. Ich dachte, der andere Spiel ist weg. Ah, okay. Das hab ich nicht gesehen, ich dachte, der wäre noch da. Aber der Agro ist ja nicht auch. Hm. Boah, Agro, kein Apex. V. Was? Dein Agro ist kein Apex. Nein, echt? Okay. Das ist gut. Kann mal jemand dem Diablo da helfen? Der hat irgendwie ein paar Probleme. Alle beide. Und hüpfe die genauso. Delta ist Adolf weg, schreibt Captain Nemo. Ja, aber seit wann ist er denn hier mit in der Gruppe? Seit jetzt. Ja, okay. Ich hau jetzt ab. Ich bin blöd. Ich hab keine Lust, mich hier mit den Regeln auseinanderzusetzen, nur weil irgendwelche Leute da das nicht einhalten wollen. Ja, haltet mich mit einem, die sind da würde vorbeikommen. Wir ziehen vielleicht weiter, kannst du mal fragen. Bevor du jetzt abhaust. Bei Apexe darf man sein. Ach, das ist das hier mit, mit, äh, Benni und so sind die grad hierher gekommen. Ja, ja. Benni, der uns hasst und dich mit sprechen möchte. Lieber mit Chor da unten hockt. Es ist in irgendeinem Busch. Nee, ich muss mal ganz. Ich such grad. Ich such grad ne lustige Musik. Ja, oh. Ich such grad so lustig aus, hier diese, diese hüpfenden und, äh, äh, bekloppten Diablos. Okay, lassen wir das mit der Musik. Okay, also weiterziehen? Ja. Wie war die früher denn? Bis dann. Tschüss. Hatte doch da, äh, vielleicht schaffst du's. Hat ne siebene Blutung, 14% Wasser und 38% Hunger. Könnt's überleben. Wenn jemand, äh, von der, von der Gruppe, die hier sind, äh, bei Julia, äh, mitbleiben. Wenigstens als, als, äh, Schutz, äh, ja, Begleitung, würde ich nicht sagen, äh, Sitzung. Äh, Sitzung. Laufen alle Blut. Ah, nein, ich wollte ja eigentlich nicht das drücken, ich wollte eigentlich schnüffeln. Wir müssen uns aber beeilen, bis zum nächsten Wasserpunkt. Wovor nämlich die Nacht einbricht. Geht ihr mal vor, ich hab keine Ahnung, ich, äh, kann nicht so weit riechen. Ja, bist du da hinter mir, Dex? Ich weiß nicht, bist du da grad hier vorne im Wald reingeht? Ja, nein, nein, nein. Ja, nein, 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 nein,ינה, immer was ich. Ja, nein, 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 nein. Ja, nein, 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 keine Ahnung, ich Listen 沒有, ich Äh, C seh nicht das dr pouco. Wenn man 15 so weit riechen. 안 saen, wenn man sulfur, ist kein Tod. Ja.